Mit einem KUKA-Hahn haben Sie immer sofort kochendes Wasser zur Hand. Drück, drück, dreh, um einen Topf oder ein Glas zu füllen. Der Leuchtring leuchtet dann rot. Tee absetzen, Gemüse blanchieren, alles kein Problem. Den KUKA verwenden Sie häufiger, als Sie denken. Er ist auch sicher. Der doppelwandige Auslauf, der Sprühstrahl und die fest montierte Armatur verhindern Unfälle. Direkt nach der Entnahme von kochendem Wasser können Sie kaltes oder warmes Wasser entnehmen. Schieben Sie den Bedienhebel nach rechts oben und Sie erhalten kaltes Wasser. Mit dem flexiblen Zugauslauf des KUKA-Flex vergrößern Sie die Reichweite. Mit dem KUKA-Cube erhalten Sie neben kochendem, kaltem und warmem Wasser auch gekühltes, sprudelndes und stilles Wasser aus demselben Hahn. Drück, dreh, Sie erhalten gekühltes, gefiltertes, sprudelndes Wasser. Die LED blinkt nun blau. Drück, warten, dreh, die LED leuchtet durchgängig blau. Sie erhalten nun gekühltes, gefiltertes, stilles Wasser. Ziehen Sie den Bedienhebel nach unten rechts, um warmes Wasser zu entnehmen. Den KUKA verwenden Sie häufiger, als Sie denken. Lassen Sie sich auf unserer Webseite inspirieren und nehmen Sie mit unseren Servicemitarbeitern Kontakt auf. Wir helfen Ihnen gerne. Der Wasserhahn, der alles kann. KUKA! 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 KUKA!